Wir haben heute die Quintessenz-Jahreskonferenz. Das heißt, wir setzen uns mit allen Fachredakteuren für alle Spezialitäten zusammen. Das ist ein sehr spektakuläres Unternehmen, einmal im Jahr hier in Berlin. Und bauen den kompletten nächsten Jahrgang der Quintessenz zusammen, was die Themen und die Autoren anbelangt. Das heißt, wir machen Brainstorming über neue Serien, wir machen Brainstorming über neue Themen, die natürlich teilweise schon vorgearbeitet worden sind. Das heißt, der heutige Tag ist eigentlich damit komplett bestückt, die nächste Jahresausgabe, die nächsten zwölf Ausgaben Quintessenz Deutschland zu designen und zusammenzustricken. Wenn wir uns einig sind, welche Themen gebracht werden sollen, dann kontaktieren die Redakteure, also die Fachredakteure und die Universitätsredakteure, ihre Kollegen, die von uns auserkoren werden, die Artikel zu schreiben. Das heißt, die werden direkt angesprochen. Und in der Regel ist es so, dass die dann relativ spontan sagen, Quintessenz mache ich. Also da habe ich jetzt eigentlich in den letzten acht Jahren immer sehr gute Erfahrungen gemacht, dass auch vielgefragte Referenten sagen, für die Quintessenz mache ich das gerne, das hat eine weite Verbreitung und die Qualität ist sehr groß. Wir machen ein neues Cover, das ein bisschen moderner daherkommt als bisher und da freue ich mich schon drauf, weil wenn die Quintessenz 70 wird, soll ja nicht das Cover aussehen wie 70 und von daher wird das ein bisschen moderner.